Hallo, dies ist das einzig richtige Rocket League Format hier bei Troftoo und wir spielen jetzt gerankt und oh mein Gott, wir haben ein Ranked-View gefunden. Wie kann das das denn? Hatte nur 100 Jahre gedauert nach dem Update. Kann das sein, dass sich was an der Kamera geändert haben? Keine Ahnung. Ich weiß nicht was, ich hab die Standard-Kamera eh nicht drin, ich hab eine veränderte Kamera. Naja, auf jeden Fall. Oh, schade. Auf jeden Fall kam jetzt gerade eben Update, wir wollten eigentlich schon den ganzen Abend aufnehmen und dann kam halt gerade dann das Kack-Update. Schön, oder? Naja. Und jetzt gibt's das neue Rankingsystem. Theoretisch, weil wir es richtig verstanden haben. Ja. So, hab ich ihn jetzt langsam mal weg? Ne, immer noch nicht. Naja, egal. Genau, drinnen durchgefahren. Oh, das gewinnen wir. Na hoffentlich. Wir müssen ja direkt mal ein bisschen nice fliegen hier. Ah, schade. Ja, und weil das Update war, mussten wir jetzt erstmal runde oder so warten. In der blöden Suchanzeige, weil keine Server bereit standen und jetzt gerade in dem Moment, in dem Moment wollte ich gerade meine Playstation ausmachen. Und da schreit regelmäßig einmal, weitere, weitere. Unfassbar. Okay, ich bin in der Mitte. Perfektes Timing halt. Schade. Nein, ich bin nicht mehr zwischengekommen. Gut geklärt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oh, der legt nur noch gut rein. Nein, ich bin nicht dran gekommen. Ah, er legt nur noch hoch. Mal schauen. Nein. Jetzt wurde ich mir gedreht. Nein. Fuck. Hätte ich mal früher getötet worden. Dumm. Mist. Ist auch erst so, als würde es halt daneben gehen, dann kommen wir nochmal dran. Ja, und dann kamen wir nochmal dran. Blöd. Naja. Auf jeden Fall werden hier auch alle wieder Runden anguckt, egal wie peinlich sie sind. Stimmt, ja. Gut, dass du dran denkst, ich hab weggedrückt. Und wir spielen Ranked. Immer Ranked. Und das ist dann auch voll exklusiv so für uns. Yes! Warum machst du nicht gleich so? Das heißt also, wir spielen nur Ranked, wenn wir aufnehmen, und wir nehmen nur auf, wenn wir Ranked spielen. Und das läuft entweder parallel zu den Stream-Mitschnitten oder die werden irgendwann heimlich verschrieben. Heimlich. Ja. Gut. Und aktuell sieht's so aus, wir starten in der Silberklasse bei Rang 400. Wir waren schon mal ein bisschen höher, aber weil das alles zurückgesetzt wurde, dadurch dass die Saison jetzt angefangen hat. Ja, 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 ja! Nein! Ja! Doch, Gott. Yes! Dann wäre dich schön angewiesen, wenn du den noch reingedrückt hättest. Ja, das war aber... So war schon krass im Zitter. Und ja, dieses Intro und Outro gibt's jetzt immer bei Rocket Leash. Da ist natürlich Rocket Lead. Irgendwie muss man's ja testen. Und wohl, ich dachte, er schießt nochmal. Er kam mir gar nicht dran. Nein, ich hab nicht richtig gedrückt. Egal, das liegen, das liegen, das liegen. Aber ein bisschen zu spät. Hätte ich sonst seitlich treffen können. Nein! Yes! Ich hab's ja gesehen. Und Leute, wie er ihn klärt. Ja, ja, ja. Und jetzt hier und fliegen. Dann werden wir sehen, ob das Intro auch dauert zu lang ist oder so, aber bei Rocket Lead guckt man sich eh nicht so um ein Stück an mehrere Sachen. Uh, kritisch. Nein! Sorry. Egal, egal, egal. 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 Es sollte eigentlich ein Block werden, aber... Wurde eine Verlängerung. Wäre ich mal zurückgefahren und für da zu versuchen, ihn zu treffen. Wies! Ich hab nochmal geblockt. Alles drin. Und... Nein! Schade. Genau. Nein! Nein, 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 ich bin... Schön. Nein! Ich hatte erst überlegt, ob ich schreien soll. Lass die Lüge! Aber... Es ging ja noch so. Du hast ja so über jeden Fall handelt. Ja, von hinten ist ja immer schwer zu sehen, in welchem Winkel man da wirklich ankommt. Das täuscht halt immer. Ich glaub, die haben an der Standard-Kamera was geändert. Das kommt mir alles viel weitwinkliger vor. Lol, auf einmal bin ich nach vorne gefahren, ohne dass ich was mache. Ja, nicht nach links und rechts und irgendwie... Was kotze ich mal wieder. Runter! Ja... Kommt den Klicksil. Yes! Hier zwei! Das ist ein guter Auftakt. Tja, eine Sekunde. Nein, gibt's noch nen Anstoß? Tatsächlich? Okay. Aber der wird wahrscheinlich nicht reingehen. Nö, das wahrscheinlich nicht. So, und da war's das. Das wird auf den Boden gehen. Naja. Ist auch da. Jetzt. Schöne Runde. Und man kann jetzt sogar im Abschlussbildschirm sehen, wie viel man aufsteigt. Das ist doch schön. Ich hab fünf Punkte gemacht. Und du? Sechs. Warum? Weiß ich nicht. Ey, ich hab viel weniger. Ohne Spaß. Ohne Spaß, liebe Leute. Oh, man kann direkt ein neues Mitch zoomen. Es ist echt so, Regulus ist der Punkte-Vampir. Der zieht sich die Punkte rein. Wieso hat er jetzt Sechse gekriegt? Ich finde... Das ist die Entschädigung dafür, dass bei mir das Gruppensuchzeug nicht richtig funktioniert. Ich verstehe es nicht. Naja, das war jetzt die erste Folge Rocket League Ranked im 2 gegen 2. Wir werden auch sicherlich 3 gegen 3 machen. Danke fürs Zuschauen und jetzt kommt das Outro. Machen. Machen. Untertitelung. BR 2018